Hallo Freunde des Marundscherbens. Willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Heute bin ich noch einmal zur Wurstfabrik gefahren. Der letzte Besuch war Oktober 2021. So ist jetzt eine Weile her. Normalerweise sollte das sofort abgerissen werden oder schnell abgerissen werden. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob sich da überhaupt was getan hat. Bleib bei mir und wir drehen die Runde gemeinsam. Bis später. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja gut, mein Fazit jetzt von dieser Location, in diesen anderthalb Jahren oder wie das jetzt her ist, hat sich nicht viel getan. Gut, in den Büros, da haben sie die ganzen Möbel rausgeschmissen und anfangen den Boden aufzukloppen. Aber das in der Zeit, in diesen anderthalb Jahren, ist natürlich ein bisschen weniger. Also haben die es gar nicht so eilig. Wenn euch dieser Rundgang gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, damit es was Neues gibt. Wenn ihr das Blöckchen aktiviert, werdet ihr sogar benachrichtigt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao. 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 Vielen Dank.